hallo meine freunde und herzlichen willkommen ich darf euch begrüßen ich freue mich natürlich dass ihr im start seid ich hoffe ihr hattet bisher eine richtig augegeil sahnige woche ich hoffe es geht euch gut ich hoffe ihr habt gut geschlafen ich habe drin mäßig geschlafen mir geht es auch so weit sehr gut wobei ich glaube dass es mir bald nicht mehr gut gehen wird beziehungsweise ich auf dem weg der ungutigkeit bin denn also erstmal habe ich heute einmal genießt das ist der erste punkt und der zweite punkt ist ich hatte von so eine ganz komische phase so also ich hatte so das gefühl ich hatte hunger da ich was gegessen hatte ich das gefühl war ich habe ganz wenig gegessen oder so so ein bisschen weil ich das gefühl ich wäre mega satt und dann nach fünf minuten hatte ich wieder das gefühl ich war mega also so das hat also kein so richtig ich habe disco noch offen also ich konnte mir nicht so richtig entscheiden was es ist beziehungsweise mein magen konnte sich nicht so richtig entscheidend so machen wir mal fix disco dem draus ist gott und ich würde sagen das ist so ein indiz auf hey ich werde krank und ich habe genießt ja wir spielen heute fitz den feuerroten fisch der feuerfisch von nrw leute es ist ein gefüchteter fisch der nrw feuerfisch es tut schon ganz schön weh hier was du hier so mit mir macht ja ja mein team stimmt auch schon ich habe überlegt euch was andere spielen soll aber ich muss sagen fürs macht mir gerade einfach am meisten spaß ich weiß es ist hart ich weiß dies ich weiß das aber es macht einfach am meisten bock und deswegen deswegen gibt es heute mal eine feste was wird natürlich in zukunft natürlich auch noch mal andere champions geben gar keine frage aber ich habe gedacht hey wenn ich ja mit dem champion viel mehr spaß hat dann habt ihr wahrscheinlich auch mehr spaß also gerade auch beim zusehen dies das ja er hat barriere xerrat im early game ist ein bisschen nervig muss man tatsächlich sagen wir pushen erst mal so ein bisschen gegen und würden jetzt gleichen engage auf ihn wagen geht es tut weh ab dieser das ist auch schlecht wenn er jetzt flash dann okay wir müssen auch so gut ja ist ein bisschen dumm gelaufen aber ist okay guck mal das ist doch ein schöner dill schöner dill hotline kill finde ich gut sind es glaube ich wurde es nicht gekillt ja ich glaube wurde gekillt naja der proxys da oben ja early game gegen serif gegen den sheriffs immer ein bisschen nervig er hat auch eine barriere ist ebenfalls ein bisschen nervig aber ich denke wir kriegen das sind schala schala lala 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 ja gut 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 der ist wahrscheinlich die art der hat das ghost naja also ich könnte ihnen entgegen kommen aber da hat er sich für die falsche richtung entschieden er hätte doch nur ins licht kommen müssen mein sohn so gut 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 wir müssen punkte sammeln leute punkte auf punkte hätte ich richtig bock deswegen ja wir müssen mal gucken wie wir den xerat so tot kriegen die frage ist auch was er natürlich jetzt kauft falls wir nicht töten sollten also xerat ist ein matchup das geht mit fizz mit talon geht es zum beispiel nicht so gut ich habe ja auch mal wieder bock talon vielleicht zu spielen aber irgendwie meine letzten talon runden waren richtig kacke wenn ich ehrlich bin also so richtig kacke wenn ich ehrlich bin also so richtig ich glaube sogar wirklich also klar das liegt da so ein bisschen konkret sollte vielleicht wieder ohne konkurren spielen gut morita 18 morita 18 soll es also sein gut das heißt entweder wir pushen ihn durch und töten ihn oder raum morita 18 bot lane sieht es sieht ok aus vor allem wenn man berücksichtigt die zu die level 3 sind man könnte hier nen dill machen ist natürlich immer ein bisschen gefährlich aber die schnellen raum zu die guten raum sagt man das problem ist nur dass leona genau in diesem moment weg geht worst weggieb moment ever aber da gehen wir jetzt rein leute schade war nice 3 schön schön die frage ist killen wir den noch nicht das war dass die leona da ein bisschen stift war ein bisschen dunn geben wir zu war ein bisschen dunn wir haben den kill geholt für mich ist das gut ja leona spieler ich weiß nicht was das für menschen sind manchmal sind die natürlich schon smart das ist sehr gefährlich was du da macht auch leute ach leute kommen hier kommen ins licht mein sohn kommen ins licht acht leute ja den musste ich jetzt noch mal holen ich weiß nicht ob wir den hier machen glaube ach leute djinn acht leute geht es das größte problem an all dem was hier passiert ist ist dass warwick warwick can you hold my met when i gang ich meine das ist immer so ein ding leute er macht die wölfe das ist immer so da würde ich jetzt erst mal ja richter im sinne des anklägers also er sagt kennt und dann geht er ihnen sofort prügeln oder was na gut aber für uns war es gut also ja es war okay wir haben jetzt natürlich einen super fetten k6 das ist nicht so geil just hold so he can't take plates ja das problem ist jetzt leute wir haben jetzt ein bisschen weniger zuerst als er und er hat natürlich giga viele plates eingesammelt wir sind allerdings level 6 und wir wissen alle auch bis brauchte keine farm leute das einzige was man fahren muss sind gegner schon champions deswegen rome wird direkt wieder runter ich komme die dieser da wurde schon die haben schon wieder was gewittert okay das heißt ist hier ein wort da nicht hier vielleicht da nicht wir könnten natürlich den ich glaube wir könnten ja jetzt mal auch xerat töten da ist natürlich komm wir gehen mal für xerat leute lasst uns mal für den bruder hier gehen wir tun erstmal so da bin ich genau in die kugel rein das war natürlich dumm war aber an sich ein ok short trade wir haben natürlich gerade noch kein ich habe jetzt beide bots bot lane gewährleistet wenn einmal k6 ankommt da bin ich einfach nur rest and pepperoni xerat ist auch schon ein lustiger champion einfach nur die ganze zeit alles bämm leute der drach ist weg ja 40 k6 das wird halt echt ein problem werden leute müssen wir den käfer sammler wieder rausholen das wird ein problem wenn wir könnten in der gage aber ich glaube wir haben nicht genug damage um ihn zu one shotten deswegen ich glaube wir müssen ja auch gleich noch mal shoppen gehen er packt mich nämlich die ganze zeit niederschmiede hier k6 ist wahrscheinlich bot lane also ich will jetzt auch kein fass aufmachen ich werde dieses fast nicht öffnen leute ich möchte aber zettel auf das fast machen und zwar warwick police gang irgendeine lane naja ist nur am jungle wie gesagt ich mach das fast nicht auf es steht nur da mit so einem etikett mit so einer etikettiermaschine na gut die frage ist also wir gehen jetzt shoppen am auf 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 das passt so dann gehen wir mal im base 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 normalerweise würde ich jetzt schienen kaufen aber wir war kein geld für china am kopf magic pensure sind auch nicht schlecht gegen so ein xerat für so champions mit skillshots und wo man rankommen muss kann das durchaus machen jetzt haben wir wieder ich glaube wir wollen ihnen jetzt einfach mal leute ich glaube zwar nicht dass es von der mensch erreicht aber ich habe noch eine sekunde warten sollen aber naja hier oder oder ein gang jetzt ein gang nauer gang 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 aber ich glaube das zu spät shit ich glaube er geht jetzt shoppen naja vielleicht tue ich mir dann auch eine platte von ihnen oder ich raum auf die wort eins von beiden einmal hier einmal da schala 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 lala lala ok xha six macht den erhalt den araldinio den heraldinio gut dann gehen wir mal zum ok da ist der xerif der war sogar gar nicht shoppen wenn ich das richtig sehe wir könnten jetzt natürlich eine botland sandwich situation machen wir könnten noch ein stück kuchen vorbei bei kuchen bin ich allerdings sehr wählerisch muss ich sagen guck mal und er ist wieder am farm er ist einfach wieder am farm er ist einfach wieder am tag einmal bitte alles zum mitnehmen bitte Dankeschön Dankeschön Ja schön guck mal ne ich meine er ist in der mitte das ist natürlich klar er hat viel geld und so aber der mentale Faktor hier Leute die sagen nämlich jetzt wow zack dick wow you so bad wow und jetzt ein gait wie ihn Leute wir engagieren jetzt wir machen jetzt den engagement engage oh passt auf der fliegende tornado turbofisch so jetzt noch schnell press der tag drauf schön ignites drauf schön das ist nicht schön das ist wiederum schön 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 das war ja doch relativ einfach ne also das ging ja noch na zack der gute schön dax der ist aber auch heimisch in der w man kann ihn aber auch in anderen Gefilden kann man ihn auch tatsächlich fehlten oh den haben wir noch bekommen schön gut jetzt kaufen wir uns charlie schienen wobei ein protowelt auch fast schon cool wäre ne aber machen wir uns mal ein charlie schien hier guck mal wir sind schon wieder 4 1 Leute ich sollte nur noch Fizz spielen Fizz ist einfach ne Fizz komm wir haben sogar sieben wir haben sogar genauso wir fahren wie er und er wird jetzt geflamed wow deine blitze sind voll klein du hast kleine füße du hast einen doofen Hut auf und sowas das muss er sich jetzt alles anhören ich glaube wir machen jetzt sogar sobald wir die Ultram werden wir sofort ein engage drauf starten sofort zappalotti aber sofort hä da hat man nicht immer diese markierung gesehen what the fuck reicht das ne shit das reicht aber so 14 Sekunden 13 T-48 Stunden wir möchten alle Besucher des Bahngleis 3,4 und 5 bitten nach hause zu gehen heute kommt leider kein Zug mehr Engage in T- YES Autotec B Oh das hätte ich dodgen können aber ist ok glaube ich ist ok glaube ich ist ok glaube ich ist ok glaube ich Later Ich warte mit meiner E immer sehr lange eigentlich sollte man sollte ich mit der E seine Q dodgen das habe ich aber verkackt und danach Hätte ich es eigentlich direkt machen können aber ich dachte irgendwie falls irgendwas schief geht so als Ja so als ne wenn so get out of jail card ist wie bei Monopoly so quasi ne Aber ich hätte es hier durchaus früher machen können ja ich habe aber ja auch sowieso meine punkte im weh viele reingepackt deswegen ist auch nicht zu schlimm deswegen kann man auch schön den gegner mit W kaputt machen und jetzt können wir uns hier schön platten bitte die platten von Gehre jetzt nicht zu Die besucher heins herzen Falls sie die durchlage nicht verstanden haben dann haben sie nun ein problem Vielen dank für die Für unseren besuch und wir wünschen ihnen eine gute weiterreise Gut So Schön Oder die platte hätte ich noch fast mitnehmen können wir fehlen noch wuffzig gold leute wuffzig Ja wie machen wir denn jetzt warten wir wuffzig gold echt vielleicht wäre ich hier abgebrochen Ja gut jetzt müssen wir nur noch vierzig gold warten sogar nur noch dreißig wuff 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 Einen schönen ocean drake Bot lane sieht gut aus Mit lane sieht gut aus Nur der K6 netz hat sich die käfer Guck mal wir kaufen uns den käferer da Kaufen uns jetzt den bredön welt Der schöne bredön welt Es ist ein schöner bredön welt Gut Und feuer Meint ihr das liegt am roten Leute es ist einfach ihr werdet bald in zukunft so hören so von wegen Wow 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 hast du schon gehört NRW ist roter feuerfisch jetzt wieder da Wow was er ist wieder da Oh mein gott dann Q der gerade ja er ist gerade im Q Wow okay dann muss ich heute pausieren kein league spielen Gegen den node Oh wow 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 Ich hab bock ich hab bock ich hab Nooo Aber zoning ult Aber da ist ein K6 in der K6 käfer gewesen da Gut ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Gut was machen wir Wir pushen einmal hier Jetzt denkt er wow Das Fizz hat kein E mehr Und jetzt näher da unten Ist ja noch der K6 in der K6 käfer Genau da ist er So hier Press die Tech schön drauf Mal zack schöner press die drauf Und ein Brötow ins Gesicht Und jetzt ha Ah ok ne lieber doch nicht Weil da unten ist immer noch K6 käfer Gut 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 Fizz macht einfach Spaß Gut Die platten sind weg wir haben leider keine ultimate Er hat wenig mahne ich könnte ihn anflashen Ich kann es aber auch sein lassen Kann jetzt mal verdammt nochmal jemand das Handy weglegen bitte Leute 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 Als ob du mich engagen kannst In welcher Welt In welcher Welt Und jetzt engagen wir ihn aber Leute Der Tornado Fisch Emt Minus 3 2 1 Feuer Autotech Oh man da muss der Sprung kommen eigentlich Ach was solls Later Eigentlich sollte ich mir ein Match Ice gönnen oder? Ein schönes Match Ice Ein schönes Match Ice Zack Gegönnt 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 Manchmal frage ich mich warum ich nicht Challenger bin Ich glaube mit Fizz rasiere ich immer Und dann spiele ich irgendwas anderes und verliere Ich glaube das ist gerade das Problem Kann es sein? Ist es die Logik die wir haben? Oder hat jemand eine bessere? Zack 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 Ich würde sagen da spricht überhaupt nichts gegen Also ne Außerdem muss man ja auch mal ein bisschen spaß haben Ein bisschen spaß Spatz Spatz Was denn das hier für ein Ding gewesen? Zuki Was für Dinge? Was das? Was war das? Was war das? So gut Das heißt wir brauchen jetzt Schöne 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 Wir dürfen nicht sterben Das heißt wir gehen jetzt auf Stunden Glas oder Minutenglas, Minutenterrine. Ich würde den Avalius holen. Der Avalius, das sind vier Free-Stacks. Ich glaube, er hat es schon gerochen, aber eben, ich bin natürlich, ich bin ein hartnäckiger Fisch. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Later. Jetzt müssen wir nur kurz drei. Bitte die Gwarngleise, drei, drei, drei und drei beachten. Dankeschön, tschüss. Ferra! Was wird hier im Chat diskutiert? Even I... Danger, you are... Danger, danger, danger. Okay, gut. Das Ding ist, das ist hier gerade very gefährlich, aber manchmal muss man auch Risiko eingehen. Risiko. Schon voll lange kein Risiko mehr gespielt. Risiko, das wollen auch Zeiten, Leute. Risiko ist das Spiel, wo man sich einfach Feinde macht und man nach dem Spiel noch Feinde bleibt. So. Eigentlich muss ich nicht shoppen, aber ich kaufe mir trotzdem mal eine Stopwatch. So. Schön. Schön. Wie sieht es aus? Lasst uns einen Rundown machen. Eigentlich, naja, Top-Planet-Institut, aber Cinch ist immer stark, Leute. Cinch ist gut. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Das wäre fast schön gewesen. Ist der da noch drin? Das wäre Farbe, denen, ich weiß nicht, ja, komm, drauf ist drauf. Ah, okay, Flash. Flash, 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 Brudy. Vielleicht können wir ja hier ein Dill machen. Ich bin da. Ich bin bereit für ein Dill. Schöner Dill. Ähm. Ich muss ein bisschen aufpassen. Naja, gut. Wie wäre es mit dem? Gucken wir. Zack. Den haben wir gegönnt. Muss ein bisschen immer aufpassen. Auf Stacky Stack Stack Stack. Den kriegen wir ja wohl, oder? Later. Das war mein... Ach, habe ich bekommen. Schön. 20 Stacks, ja, soll es das geben. Würzig fein und super klein. Nanananananana. Oh, wie wärst du mit dem astronautierenden Fitz? Zack. Guten Abend. Guten Abend. Oh, schön. 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 Rie, 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 rie. Schön, Leute. Warum sind nicht alle Games so? Wäre ja richtig schön. 10-1 schon wieder. Aber diesmal leider ohne B. Dead Bot Lane, Hard Smurfing? Hä? Was für... Was für Bot Lane, Leute? Ich stehe 10-1 und war 24 mal Bot Lane. Hä? Was für... Was, 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 was... Great Synergy, Well Played. Hä? Hä? Ich frage mal kurz, Hä? Leute, Hä? Oh, was ist hier? Hä? Hä? Das ist mein Tod? Ich hatte alles ready, Flash und sterbe an einem Hä? Deswegen, Leute, einfach, man schreibt nicht in League. Regel Nummer 1, man redet nicht über den League Club. Regel Nummer 2, es ist League of Legends und nicht just chatting. Aber, hä? Also, ich möchte ja nicht sagen, also ich bin jetzt nicht so einer, der so, ne, den man unbedingt sagen muss, wow, this is mid lane, so nice, so smurfing, so, ne, aber, also, so ein kleines, wow, this is so good, hätte ich schon, äh, also, nicht, dass ich es gebraucht hätte, aber genommen hätte ich schon, ne? Also, Naja, gut, jetzt müssen wir wieder das Deck sammeln, das ist ein bisschen reulich. Da ist der Zazen. Der Tzatziki, Katz ambigu, Zeki, Zekki, Zekki Krampiker, warum checkt es niemand, außer ich? Gut, Leute, ich bin unterwegs, da den Ding, da können wir noch die Getti, Getti Spaghetti. Gib, 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 Gib. Proschniko! Schon. Ist noch was? Ist noch was? Ist noch was? Oh, na die Carrie! Das ist ja wie Schnitzeljagd, nur in, noch besser. Kann ich bitte? und jetzt wirft der in da rein. Schade, das wäre cool gewesen. Schade. Aber ist gut. Guck mal, da haben wir wieder 226 Stacks, was denke ich das. Ne? Stacks kommen und gehen. Ich habe jetzt noch meine Runen mal geändert. Ich hatte sonst immer, ähm, die roten Runen. Jetzt habe ich tatsächlich die... Vielleicht liegt es an den blauen Runen, meint ihr? Nee. Vielleicht? Meint ihr? Nee. Vielleicht? Meint ihr? Nee. Also ich habe nämlich jetzt halt voll viel AP und so. Wie ist das? Braschnico. So, Blubuff ja richtig cool. Da sind weder den hier oder unseren. Und dann könnten wir auch schon Lich Spain bald bauen. Ah, ne, Lich Spain nicht. Zack. Hier immer so ein bisschen warten, bis ihr Sheen ready habt zwischendurch. Dann habt ihr ein bisschen mehr Damage. Schön. So. Wie viel brauchen wir für Lich Spain? Dafür brauchen wir 2,1 Wuff. Hm. Vielleicht nehmen wir den hier auch noch Fixman. Brab. 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 Schön. Sehr. Sehr. Oh, wisst ihr, was jetzt passiert? Na, die. Ah, ha, ha. Oh, genau. Ich bin einfach... Ich sollte Detektiv werden. Ohne Witz, Leute. So, so einfach... Oh, Mann. Genau das meinte ich nämlich, dass genau das passieren wird. Dass ein AD Carry kommen wird. Es ist einfach... Oh, noch ein AD Carry. Ich hab noch keine Ultimates. Weiß ich nicht, aber ich hab'n Blue Buff. Das müsste auch für was gut sein, oder? Haha. Later. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. Schön, wir haben Lich Spain fertig. Geh mal mal in den Shop, Shop, Shop machen. Shop, 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 Shop. Das ist natürlich ein Rank, Leute. Nicht, dass ihr denkt, hier ist irgendwas Masse. Ach, Leute. Okay, passt auf. Das kriegen wir aber hin. Back mit euch. Lasst euch in Frieden. So, okay. Das haben wir diesmal noch überlebt. Schön. Gut, 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 gut. Meint ihr, der ist noch nachtragen und jagt mich? Ich glaube, er ist noch am Jagen. Bra, bra, bra. Okay, hier. Hier ist gut. Hier ist gut. Gut, dann haben wir jetzt Lich Spain. Echt, Stundenlass brauchen wir natürlich noch nicht upgraden, weil ich das Stundenlass noch habe. Aber, ich baue meistens immer schon gerne das Buch, weil dann ist der Weg bis hier nicht ganz so weit. Wenn ich jetzt meinen Stundenlass benutze, ja, dann 1050 kann es zusammenkriegen. Müsste man aber noch 2K oder so zusammenkriegen. Ja, bruh. Bruh. So, wir müssen mal zum Team. Zum Team, zum Team, zum Team. So, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Die sind allerdings alle tot. Aber das macht es umso würziger. Oder, aber wir wollen natürlich auch nicht Thrawn, ne? Thrawn wollen wir nicht. Aber man kann sich ja mal so ein bisschen ranwagen, ne? Kann man machen. Boah, was? Ja, ja, er hat kein Aftershock mehr. Also, wenn nicht jetzt, wann dann, wenn nicht jetzt? Was ist das hier für ein Krabbelkurbelkopfding? So, die Frage ist natürlich, man sollte solche Games natürlich auch schnell bänden. Nicht Thrawn, schnell bänden, das ist wichtig für Fizz. Aber, naja, gut, man kann jetzt auch eben so einen Dragon mitnehmen. Oder wir können auch hier warten, wie so ein Polizist, ne? Okay. Oh, da ist der Fäll ist, der hat mich gesehen, aber was ist, wenn ich hier lang komme? Naja, komm, lass mal nicht. Ne, Leute, ich spüre gerade in der Schüttung, wer macht. Das ist Thrawn. Wir wollen nicht Thrawn. Wollen wir nicht. Deswegen machen wir das nicht. Was wir machen wollen, ist das Gamewenden. Und das machen wir, indem wir den Turm dauten können. Gönnen, gönnen, gönnen. So, ich hoffe, ja. Tün, 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 tün. Oh, der muss ja wohl irgendwas treffen, oder? Ja. Juhu. Oh, schade, er hat ihn fast mit ins Boot mit reingebracht. Ja, Leute, ich glaube, der Dele ist aber auch maximal durch. Sollen wir mal Lund gehen? Gunakt. Ne, doch nicht. Ist da immer noch einer? Ne, schade. Gunakt. Ähm, also Urgott ist so, der ist, könnte schwierig sein. Könnte. 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 Der wiederum nicht. Der wiederum nicht. Urgott könnte. Au, 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 au. Hier, nimm das. So, ähm, da müssen wir noch kurz aufpassen. Wir haben ein bisschen geschroutet, ein bisschen lowlife und so. Hier, das erstmal da rein. Schön. Brav. He, he. So, was ist hier Masse? Zack, der ist weg. Zack. Und schon Glas. Later. Und wieder hat jemand, die meine ganzen Lorbeeren ab, au, 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 au. Geerntet. League of Lorbeeren. So. Gott. Gott. Und jetzt genau das, nämlich, jetzt können wir schön Stundenglas kaufen. Das ist, was ich gemeint habe, ne? Deswegen immer noch so ein bisschen was vom Schuttenlass kaufen, nicht nur auf der Stopwatch beruhen. Immer noch so ein Büchlein kaufen, ein Tüchlein kaufen, ne? So, älter 16-2, Leute, bin ich am Smurfen eigentlich? Kann das sein? Nein, aber kann das sein? Oh, der Blue Buff ist wieder da, den gönnen wir uns. Ich glaube, es liegt am roten Chroma, Leute, kann das sein? Ich möchte jetzt nicht aberglaubisch wirken, aber als ob ich eben 16-2 spielen würde. Das muss ja wohl am roten Chromi liegen. Oh, schade, ich dachte, er ist One-Shot. Schade. Schade, schade, schade. Darum ist noch irgendwo ein Control-Ward. Oh man, ich will dem Adi-Carrier jetzt noch nicht sein komplettes Leben versauen. Aber, ich meine, er hat sich ja ausgeräumt, weil wir können auch für den Tzatziki einen Tzatziki-Käfer gehen. Oder hier einen von dem in der Mitte. Blind! Ah, ich habe keine Ult, scheiße. Oh, da. Schade, ich dachte, ich kriege sein Schild noch. Dafür ist der Protoweld ganz gut, um sein Schild wegzumachen. Aber hat es nicht gelangt. Kurva. Kurvanistan, Urmachow, Bermachow, Kurva-Stone. Gut, was können wir machen? Was können wir machen? Was können wir machen? Was können wir machen? Take the power. Mal gucken, wie viel Damage wir machen. Und jetzt will ich noch ein Rabbidons oder ein Void-Servor. Ne, ich müsste Rabbidons bauen. Und ja, wir hatten dann halt kein Magic-Pent. Ist halt so. Unlucky. Bei dem baut eh niemand Magic-Dings. Von daher, was soll's. Kannst du den Turm noch machen, dann mach ich das. Da und raus. Later. Direkt die Nautilus Ult ins Nirvana. Das hier nennt man den Schnellverkaufenden Schnellverkäufer-Fisch. How-to-verkaufing-Leona-Schnell. Tschüss. Oh, der hat ja immer noch Bock. Was ist mit ihm? Geh weg. Ich würde... Also ich würde eine Re-Engage-Etablisation machen. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, wie, Leute, macht das doch. Macht das doch. Ich mach doch hier nur Time-by-LP. Ich time-by-e nur. Was? Ich klebe. Ich klebe. Ich klebe. Ich klebe. Frazno. Fraznikow, Fraznikow, Stundenklassikow. Bin ich am Leben, bin ich tot, bin ich am Leben. Ich bin tot, bin ich bin am Leben. Sondai. Sondai. Kurwanistan. Au, au, au. Hier ist ein Fisch. Spreng, stirbt, fliegt, stehen. Fraz. Au. Okay, schön. Gut. Schön. Schön. Hier noch den. Und. Fraz. Das macht richtig Spaß. Immer im E-Zu-Protobelten, Leute. Kann ich nur empfehlen. Am besten noch, wenn ihr... Oh, der Adi-Kill ist Rage-Kid. 13, 3, 3 ist aber auch so ein Dill. Er ist Rage-Kid. Ha. Äh, also. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Yes. Will. Report. So, ich möchte jetzt mindestens... Ich wette, ich kriege nur nicht mal einen Honor. Vielleicht von Cinch. Ja, boah, ich denke immer noch, dass meine 7.6.19-Botland so insane ist. Gut. Aber ich bin ja jetzt noch nicht so später jetzt. Naja, also wieso bin ich da jetzt? Aber schön. Ja, Leute. Das war's. Ähm. Ich appreciate. Ich hoffe, es geht euch gut. Guti. Gut. Ähm. Ich hab leider minus 1.000.000 LP wieder, weil ich ein keckiger Kecki-Kick bin. Ne, deswegen kriegt der jetzt auch meinen Honor. So. Ja, damit. Gucken wir mal. Mach mal schön LP jetzt. Plus 19. Naja, ne? Naja. Aber ich hab auch wieder so eine Minute. Ja, nee, aber war ne schöne Runde. War ne schöne Runde. War ne schöne Runde. Nicht mal ein Honor. Leute. Leute. Ich frag einfach mal kurz. Leute. Ah, okay. Ja, das war's. Ich wünsch euch was. Auf Wiedersehen. Und tschüss, die Kotzke. Bis dann. Ja. Hab ich lieb.